Wenn du nicht konkret schreien kannst, dann flüster unkonkret. Flüster so leise und schnell und hektisch, als würdest du Geheimnisse verraten. Stell verdammt nochmal die Liebe in den Mittelpunkt deines Schaffens. Wiederhole diese Übung, bis du stirbst. Sieh in deiner Haltung zu dir, selbst und allen anderen gut aus. Und sei trotzdem vollgeschmiert mit Peinlichkeit. Wisse, es gibt keine Peinlichkeit. Wisse, es gibt keine Peinlichkeit.